Die große Live-Show geht in die nächste Runde. Tja, jetzt sind Sie dran, Herr Pocher. Wie ist das so, wenn die einen in den Kopf schauen? Das kommt drauf an, wie viel Hohlraum wir finden. Kann man sich irgendwie vorbereiten? Ich fürchte, nein. Ich freue mich schon. Messen Sie sich live mit Deutschlands durchgeknalltestem Allround-Talent. Bin ich schlauer als Oliver Pocher. Am 7. Februar.